Hallo im Küchengarten! Heute habe ich ein schnelles und knackiges Video für euch und zwar zeige ich euch, wie ihr ganz ohne mit Lauge oder anderen potenziell gefährlichen Substanzen eine Seife selber herstellen könnt. Ich brauche eine neue Haarseife. Der große Teil meiner Jungmannschaft hat mich gebeten, eine hautpflegende und ganz natürliche Seife als Ersatz für ein normales Shampoo aus dem Supermarkt für ihn zu machen und diesem Wunsch entspreche ich natürlich gerne. Zusätzlich zeige ich euch dann, wie ihr passend zur Seife ein sogenanntes Seifensäckchen in ganz kurzer Zeit und ganz einfach selber häkeln könnt. Solche Seifensäckchen haben ganz viele Vorteile. Der größte ist natürlich, dass ihr die Seife wirklich bis zum letzten Rest aufbrauchen könnt, ohne das kleine Fuzzelchen, was am Schluss übrig bleibt, wegwerfen zu müssen. Ihr braucht auch nicht viele Zutaten. Es geht ganz einfach und das Seifensäden auf diesem Weg ist vor allem mit Kindern eine ganz tolle Beschäftigung. Legen wir los. Um die Seife herzustellen, habe ich hier zuerst einmal die Seifenbasis. Das ist eine pflanzliche Glycerinbasis, also eine Seife auf Glycerinbasis. Die kriegt man dann entweder ganz Natur oder ich habe noch mit zusätzlich Sheabutter, weil die so hautpflegende Eigenschaften besitzt. Habe ich mich dafür entschieden. Ist komplett duftfrei, also wirklich perfekt, um selbst damit zu arbeiten und zusätzlich hinzuzufügen. Dann habe ich hier eine Seifenform, die ich auch sonst zum Herstellen meiner Seifen verwende. Da passen wahrscheinlich ein Viertel Kilo hinein. Soll ja nicht so ein großer Schwall an Seife werden. Dann habe ich hier einen Topf, in dem ich meine Seifenbasis schmelzen werde. Das geht allerdings auch in der Mikrowelle, dann natürlich nicht mit einem metallernen Topf oder im Wasserbad. Einen Schneebesen, um nachher die Zusätze unterzurühren. Hinein geben werde ich Aloe Vera Gel. Ich habe hier eines, das 100% rein ist, ohne irgendwelche Zusätze. Ihr könnt euch das Aloe Vera Gel allerdings auch selber aus einer Pflanze, die ihr zu Hause habt, gewinnen. Ich habe zwar Aloe Vera Pflanzen, die sind aber noch nicht groß genug. Da arbeite ich noch daran. Und als Duft und Pflegesubstanz habe ich ätherisches Rosmarinöl. Das regt nämlich den Haarwuchs an. Das ist ja bei einer Haarseife nicht gerade schlecht. Und es hat auch wahnsinnige hautpflegende Eigenschaften. Es verbessert die Blutzirkulation, nährt die Kopfhaut und stärkt das Haar. So, mehr braucht man schon gar nicht. Ich starte damit, dass ich mir die passende Menge an Seifenbasis von meinem Block hier herunterschneide. Es soll ja so viel sein, dass es nachher hier in meine Seifenform passt. Mal gut ein Drittel, so Pi mal Daumen. Alle Gerätschaften, die ich hier verwende, verwende ich auch sonst zur Seifenherstellung. Ich möchte da eben kein Risiko eingehen. Also auch das Brettchen und hier dieser Schneider werden nur, und auch die Form, nur zur Seifenherstellung verwendet. Dann schneide ich die Seife grob in Stückchen. Dann geht das Schmelzen leichter. Dann kommt der Topf auf den Herd und wird bei mittlerer Hitze erhitzt, bis die Seife flüssig ist. Währenddessen streiche ich oder schmiere ich die Form mit ein bisschen Öl aus und lege dann eine Folie hinein, damit ich nachher die Seife gut aus der Form lösen kann. Und durch das Öl hält die Folie gut am Rand. Das ist einfach ganz normale Frischhaltefolie. Vergesst nicht rechtzeitig die Hitze zurückzudrehen oder den Topf umherzunehmen. Die Seife soll ja auf keinen Fall kochen, sie soll nur komplett geschmolzen sein, sodass keine Stückchen mehr drinnen sind. Nun geht es auch schon ans Zusätze hinzugeben. Ich halte das Ganze recht simpel. Mit Kindern wäre es dann sicher auch noch lustig, diverse Farben hinzuzugeben. Eine zweifarbige Seife zu machen, zum Beispiel den Lieblingsduft des Kindes. Bei mir geht es jetzt hier größtenteils um Funktionalität. Zuerst kommt mein Aloe Vera Gel. Auf diese Menge nehme ich einen halben Esslöffel und als Duft das Rosmarinöl auf diese Menge von circa 250 bis 300 Gramm nehme ich 8 bis 10 Tropfen. Das Ganze zügig vermengen. Hier geht es auch darum schnell zu arbeiten, weil die Seife recht bald wieder hart werden will. Und danach schütte ich die Mischung in meine Form. Das Ganze decke ich jetzt noch mit einem Küchentuch ab und stelle es an einen kühlen, ruhigen Ort und dort darf es dann ein bis vier Stunden aushärten. Ein Seifensäckchen selbst zu häkeln ist wirklich total einfach. Dazu braucht ihr auch nicht viel. Das eine ist ein Garn. Entweder verwendet ihr ein Baumwollgarn, so wie dieses hier mit der Stärke von zwei Millimetern oder Sisal- oder Jute-Schnur, auch zwei Millimeter. Die Sache bei der Jute- oder Sisalschnur ist einfach, dass sie etwas kratzig ist. Das heißt, hier könnt ihr dann zusätzlich einen Peeling-Effekt erzielen, wenn ihr das mit einer Seife verwendet. Dann braucht ihr eine Häkelnadel, grundsätzlich etwas größer als die Schnur. Wenn die Schnur hier zwei Millimeter dick ist, habe ich hier eine drei Millimeter Häkelnadel und dann eure Hände. Das war's. Ihr beginnt also ganz normal mit einem Anschlag und dann häkelt ihr 18 Luftmaschen oder je nachdem, wenn eure Seife breiter ist. Die Breite dieser Luftmaschenkette soll der Breite eurer Seife entsprechen. Weiter geht es nun mit 17 festen Maschen auf der einen Seite der Luftmaschenkette und dann ebenfalls 17 feste Maschen auf der anderen Luftseitenkette. Das Ganze schließt ihr dann in der Ecke mit einer Kettenmasche ab. Jetzt habt ihr sozusagen die Grundlage für das Seifensäckchen fertig. Jetzt kommt der lustige Part oder besser gesagt der entspannende Teil. Ihr häkelt jetzt fortlaufend rundum mit Stäbchen, so lange bis das Säckchen die passende Höhe erreicht hat. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So kann ich nämlich das Täschchen anschließend verschließen und aufhängen. Jetzt ist die Seife fertig ausgehärtet und ich werde sie aus der Form nehmen. Hätte ruhig noch ein bisschen mehr Grundmasse sein können, aber das macht nichts. Ich schneide sie einfach etwas dicker. Sie hat wirklich schon eine schöne Härte. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart, hier auf meinem Kanal im Küchengarten. Ich hoffe, der Prozess dieses einfachen Seifen selbst herstellen hat euch gefallen. Ich bin davon sehr begeistert und vor allem die Vielfältigkeit der Seifenbasen, die man heutzutage schon bekommen kann, ist wirklich toll. Das heißt, es ist für jeden etwas mit dabei. Ich selbst freue mich jetzt schon wieder mit meiner Gartenarbeit weitermachen zu können. Die Anzucht geht jetzt bei mir los. Ich möchte mich diese Woche mit meinen Paprikas beschäftigen. Letztes Jahr hatte ich nämlich etwas Probleme mit der Keimrate. Die Paprikas und Chilis, die lassen sich da ja ab und zu recht bitten. Ich habe mir da aus dem Internet echt tolle Ideen rausgesucht, wie man das etwas verbessern kann. Und das möchte ich euch, meine Versuche dazu möchte ich euch im nächsten Video zeigen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Gebt diesem Video doch gerne einen Daumen rauf. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann! Musik Untertitelung des ZDF, 2020